UNTERTITELUNG Tschüss. Sei ein Notruf, Kühner. Ich bin in deinem Kofferraum gefangen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin entführt worden. Es ist extrem wichtig, dass du so lange wie möglich in der Leitung bleibst und versuchst, uns einen genauen Standort durchzugeben. Alles wird wieder gut. Sag mir, was Sache ist, oder hast du Angst, mich einen Tag zu versauen? Ich kann meine Beine nicht bewegen. Warum bin ich hier eingesperrt? Hattest du das noch was? Die haben mich ausgesucht, weil ich seine Tochter bin. Vielleicht haben dich jemanden beauftragt, diese Misten-Schweine. Wir müssen denen glauben. Wir haben keine andere Chance. Mach das auf. Weißt du, wo die Waffe ist? Versuch, um alles zu achten, was uns sagen könnte, wo du dich befindest. Ein einziges Wort an die Polizei. Um 4.30 Uhr in dem ich keine Ahnung. Ich will nicht sterben. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Raffi! Wir haben angehalten. Raffi! 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 Vielen Dank.